Wieso, weshalb, warum? Mit Ravensburger spielerisch die Welt entdecken. Die erfolgreiche Sachbilderbuchreihe nimmt sie und ihr Kind mit auf eine spannende Reise in die Welt des Wissens. Kindgerechte Fragen, wie zum Beispiel, wer lebt in den Polargebieten? Welche Tiere leben am Nordpol? Was ist eine Forschungsstation? Wo ist der kälteste Ort auf der Erde? Warum schmilzt das ewige Eis? Werden auf Augenhöhe der Kinder beantwortet. Klappen bieten ungewohnte Ein- und Überblicke und sorgen dafür, dass mit zahlreichen Spieleffekten Spaß und Wissenserwerb Hand in Hand gehen. Gehen Sie mit Ihrem Kind auf Entdeckungsreise. Mit wieso, weshalb, warum? Von Ravensburger.